Aurel, hör auf! Aurel, hör auf jetzt endlich! Aurel, hör auf den Feiden! Ich will nicht von der Angst! Konzentrier dich, Junge! Du musst einfach mit einem Schlechtverheeren! Da ist immer noch Schatzi da. Oh, schön! Eskaliere! Skara! Skara! It's him! Nice! Look at the moves! Look at the current! It's Skara all over again! Oh Gott, he's down! Ja! Please fucking listen! Attacke! Nope, I can not. LUL! Oh, das war echt nice! Nice! Haha, das ist eh, man! Ja, ist Gott! Ja, sie fiel ich voran erteilt! Ja, komm, mein Lieber! Uh, ab! Nicht so, komm! Ich hab dich wieder holt gerecht, als dass du direkt in den Tower rein wieder reingehst! Oh! Ah, nice! Ich hatte 3400! Ich glaub, das muss mit der Murkarschka fallen! Ich glaub, das muss mit der Murkarschka fallen! Jetzt gar nicht, was die so erwartet, aber ja! Ich kann nicht rüberkommen! Ich will rübergehen! Nein! Tschüss! Ja, du bist mit mir! LUL utan wir, ich hab 3 Sekunden! Ich hab 3 Sekunden! Tal und blicken, laut! Ich will noch nicht weiter! Ich bin nicht tankig, in keiner Shape of Form! Ja, ohne! Hallo! Ah, M! Ich bin sicher, tankig nicht, die ZE PUSH! Es tut mir leid, ich hatte meinen Kugel. Also, unser ADC sollte sich entweder healen oder denkst du, weil sonst gehen die weg auf ihn. Das heißt immer noch Mike. Sorry, hier geht's gut, ich verspreche. Okay. Baited. Nein! Nein! Ich kann nicht. Glorian kommt, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Was? What? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, du bist da. Ich bin da, ich bin da. Es ist nicht fang. Ich bin da, ich bin da. Yes! Mastery 7 Token! Und ein Chest! Und ein Keyfragment! S- Ah ah! Ah ah! Ach doch! Ich hab kein Wingens bekommen, wieso hab ich dann kein Token bekommen?